Herein! Nun seht den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der heiligen Nacht. Nun seht den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der heiligen Nacht. Hallo, ihr drei Herren, was kann ich für Sie tun? Ja, aussieht mir mal wieder naiver Krone. Wann machen Sie das letzte Mal bei uns? Ah, ich muss, das war nicht schon ein Vortrag, eh nicht. Aha, ok. Dann nehmen Sie bitte noch Platz im Wartezimmer, aber bitte auf der linken Seite. Jawohl! One, two, three, four, zählt den Stern, den wir bringen, ein Licht aus der heiligen Nacht. Also, mein Gott, das wieder lebt, das ist unkauflich. Schnell, ne? Ein guter Gäste. Und? Völferzeigro! Nein! Doch! Also, hat uns doch. Vielen Dank! Danke! Kommt bald wieder. Auf Wiedersehen! Eins, zwei, drei, vier! Schnell, die wir, drei, vier! Und überlaufen und weitergelschrall. Aber ich bin doch, register! Wie ist das, wie der Steilchen ist? Ja, ja! Hahahaha